Hallo. Heute sprechen wir über den Top 5 besten Motorrad-Helme-Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen. Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Der A-Pro Motorrad-Helm DEMI hat mich positiv überrascht. Die RJ22-05 Homologierung garantiert ein hohes Maß an Sicherheit, was für mich als Motorradfahrer besonders wichtig ist. Das Antibacterial-Futter sorgt für angenehmen Tragekomfort und hygienische Bedingungen im Helm. Die mikrometrische Schließung ermöglicht eine einfache und präzise Anpassung des Helms. Es ist toll, dass der Helm in verschiedenen Größen von XS 53 bis 54 cm bis XXL 60 cm angeboten wird, aber ich möchte die Käufer daran erinnern, vor dem Kauf unbedingt den Kopfumfang zu überprüfen, um die passende Größe zu finden. Der A-Pro Motorrad-Helm DEMI ist eine großartige Option für Rollerfahrer und Liebhaber des Jet-Helm-Stils. Er bietet eine gelungene Kombination aus Sicherheit, Komfort und ansprechendem Design. Klare Kaufempfehlung. Auf Nummer 4. Der Motor-Helmets F19 Runner Camo hat mich als Motorradfahrer absolut überzeugt. Die RJ-Zertifizierung gewährleistet, dass dieser Club-Helm den strengen europäischen Sicherheitsstandards entspricht, was mir ein beruhigendes Gefühl auf meinen Straßentouren gibt. Besonders beeindruckt hat mich der Click & Secure Schnellverschluss, der ein einfaches Öffnen und Schließen, sogar mit Handschuhen, ermöglicht. Das Perfect Fit Tragegefühl ist wirklich spürbar. Das antibakterielle, teilweise entnehmbare und waschbare Innenfutter sorgt für angenehmen Tragekomfort und Beuggerüchen vor. Auch bei Allergien ist der Helm hautverträglich. Mit einem Gewicht von nur 1550 Gramm plus 50 Gramm ist der Helm angenehm leicht und belastet den Kopf nicht unnötig. Die verschiedenen Größen, XS, XL, gewährleisten eine individuelle Passform. Alles in allem ist der Motor-Helmets F19 Runner Camo ein ausgezeichneter Motorradhelm, der Sicherheit, Komfort und Stil perfekt vereint. Ich kann ihn bedenkenlos weiterempfehlen, ein absolutes Must-Have für jeden Motorradliebhaber. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unserer Liste auf Platz 3. Der Relox 708 Integralhelm hat mich auf ganzer Linie überzeugt. Als passionierter Motorradfahrer bin ich immer auf der Suche nach einem Helm, der sowohl Stil als auch Sicherheit vereint, und dieser Helm hat meine Erwartungen übertroffen. Die Größe XL passt perfekt, 61-62 cm Kopfumfang, und bietet einen angenehmen Sitz. Zudem erfüllt der Helm die Sicherheitsnorm EJR 22.05, was mir ein beruhigendes Gefühl gibt, wenn ich auf meinen Touren unterwegs bin. Die Außenschale aus robustem ABS vermittelt ein Gefühl von Stabilität und Schutz. Dabei überrascht mich das geringe Gewicht von nur 1450 Gramm plus 50 Gramm, was das Tragen auch auf längeren Strecken angenehm macht. Das Innenfutter ist von hoher Qualität und lässt sich problemlos herausnehmen und waschen, um den Helm stets frisch zu halten. Bei Nummer 2 Als begeisterter Motorradfahrer bin ich mit dem JEMA YM831 Integralhelm absolut zufrieden. Dieser professionelle Helm erfüllt nicht nur den EJET 22.05 Standard, sondern übertrifft ihn sogar. Das ansprechende Design und die vielen Extra-Funktionen machen ihn zu einem unverzichtbaren Begleiter für meine Motorradtouren, sei es auf dem Motorrad, Enduro, Quad- oder Schneemobil. Die Verarbeitung und Materialqualität des Helms sind hervorragend. Die aerodynamische ABS-Außenschale und die EPS-Innenschale bieten optimalen Schutz. Der verstärkte Kinnriemen mit Schnellverschluss gewährleistet eine einfache und sichere Handhabung. Besonders beeindruckt hat mich das Dual-Visier-System. Mit dem Schiebeschalter kann ich die Sonnenblende mühelos ausfahren und das Wechseln des Visiers funktioniert ohne zusätzliches Werkzeug. Die kratzfeste und UV-beständige Beschichtung sorgt für klare Sicht an sonnigen Tagen. Auch das Belüftungssystem ist top. Die einstellbaren Einlass- und Auslassöffnungen gewährleisten eine optimale Luftzirkulation, sodass ich auch bei längeren Fahrten einen kühlen Kopf bewahren kann. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Ich bin begeistert vom Soxon ST 550 Snow Integralhelm. Die EJET-Zertifizierung gibt mir das beruhigende Gefühl, dass dieser Helm alle Sicherheitsanforderungen erfüllt und ich legal auf europäischen Straßen fahren kann. Der Click & Secure Schnellverschluss ist äußerst praktisch und ermöglicht ein müheloses Auf- und Absetzen des Helms, selbst mit Handschuhen. Das Perfect Fit Tragegefühl ist spürbar, das Innenfutter ist nicht nur antibakteriell, sondern auch teilweise entnehmen und waschbar. So bleibt der Helm stets frisch und geruchsfrei. Mit nur 1350 Gramm Gewicht ist der Helm angenehm leicht und trägt nicht unnötig auf. Dank des Easy Breathe Systems bleibt mein Kopf auch bei längeren Fahrten angenehm temperiert. Die UV-beständige Lackierung schützt den Helm vor Kratzern und sorgt für eine lange Lebensdauer. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.